Also wir stehen eigentlich am Beginn eines ganz interessanten Tierchens. Das nennt sich Stagflation. Normalerweise ist es ja so, dass es einen Trade-off gibt zwischen Inflation auf der einen und Wirtschaftswachstum oder Verlust an Wirtschaftswachstum auf der anderen Seite. Das heißt, hohe Inflation kann ich noch ein bisschen Wachstum mit erzeugen, solange die Philips-Kurve noch nicht dynamisiert ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich eine geringe Inflation habe, dann geht eben auch das Wachstum etwas runter. Das heißt, ich habe diese Abwägung zwischen Inflation und Wachstum in einer normalen Situation. Das haben wir diesmal nicht, sondern wir haben beides. Wir haben Inflation und schrumpfende Wirtschaft. Jetzt haben wir das Ganze aber in einem sehr viel größeren Format. Das heißt also, wir haben einen inflatorischen Druck, der entstanden ist durch den Geldmengenüberhang. Wir haben einfach die Zentralbankgeldmenge für 13-fach in 20 Jahren. Und wir haben gleichzeitig einen Wachstumsdruck oder einen Produktionsdruck durch den Kollaps der Lieferketten. Wenn du den vollständigen Beitrag sehen willst, dann schau einfach auf unseren Kanal.